hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mit der cardio mit mir und heute machen wir den bereich über der disco und jetzt sehe ich kann das problem ist der bereich in der disco ist eigentlich holz sehe ich gerade und er ist theoretisch ein kleines bisschen höher eigentlich ist hier eine treppe drüber können wir nicht einfach eine halbe stufe quasi machen und dann wir können hier kein holz drüber machen was wir aber machen können ist wir machen lassen einfach die stufe stufe sein und machen aus dem holz einfach braunen teppich das ist natürlich auch eine möglichkeit das heißt quasi hat es einfach copy pasten also macht quasi hier raus teppich und moment hat mir gesagt hier hat mir gesagt geht das raus glaube ich ne ja die ganze ebene mit teppich ja geht das quasi hier so geht dann der der bereich hoch und da der bereich hoch geht dann ist direkt davor also hier so der eingang das hier ist auch weg jetzt ist bei uns ein bisschen versetzt dann jetzt das haben wir dann ein bisschen anders so wenn der seite ein fenster drin gewesen bestimmt war da noch eins oder hinten das weiß ich jetzt kann ich habe gerade die falsche seite fotokopiert machen wir einfach mal ein hohes rein oder oder zwei hohe künstlerische freiheit darf nicht ganz vergessen wir haben noch eine wichtige sache zu tun wendeltreffer außenrum die elektrik für den dj die elektrik für den dj stimmt also hier geht es dann hoch im moment nicht so so hier und dann ist hier dann nämlich die außenwand ungefähr so dann so okay einmal so da kann man nämlich auch hier diese mittelteile weg machen da brauchen nämlich nicht die fenster direkt darüber dann brauchen wir das nämlich gar nicht diesen mittelgang und können wir mal gucken wo war noch mal die richtigen abgelernt und obendrauf ist holz das heißt wir können die obere schicht schon mal holz machen wieder okay ich kopiere mir gerade schon mal wieder block halbe oder ganze ich mache es gerade ganze ich mache es gerade ganze ich glaube wir sind ja eins zu hoch meinste ja 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 eigentlich kann man ja das als oben nehmen hast schon recht quasi auf der höhe hier das war ja nur ein test teil am anfang wo ich das hingesetzt hatte also hier ich glaube es hat sich das anhört hier pami geht en rage so und dann müssen wir gleich die verkabelung machen das ist jetzt halt quasi das was tricky wird ne 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 Ich würde sagen, dass wir das Dach mit der Verkabelung halt machen. Mal gucken, ob wir das halt auch irgendwie tarnen können. Weil es ist erstmal wichtig, dass es verkabelt ist und danach auch, dass es hübsch ist. Das wird so cool. Ah, ich bin runtergefallen. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Wovor denn? Vor dir. Was? Ich habe hier so angeschränkt auf den Boden geguckt und auf einmal fliegst du mir durchs Bild. Das war vielleicht ein Schreck in der Abendstunde. Was ist denn Teufel? Erstmal kurz testen, ob das funktioniert. Ja. So. Und dann müssen wir also... Ähm... Jetzt irgendwie schaffen... Hier hinten ungefähr... Ähm... Knopf... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Und der hier ist das. Wie kriegen wir das jetzt nach oben, dass es nicht so auffällt? Ich stelle jetzt immer sehr gute Fragen, weil das ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach. Jetzt bin ich da. Aber das ist nicht so einfach. Du hast mir ganz kurz mal gefallen, gehst du mal ganz kurz zum DJ-Pult. Ja, warte. Und drück einfach mal da ganz kurz auf den Knopf, wenn wir was testen. Oh, ich darf den Knopf drücken, es regnet. Nochmal drücken. Nochmal? Ja. Okay. Seid ihr gleich Bescheid? Okay. Ähm. Okay, nochmal. Äh. Okay, reicht von der Entfernung her. Das heißt, wir müssen das jetzt... Von der Lautstärke? Äh, ich meine von der Reichweite her. Das heißt, jetzt müssen wir das Ganze deaktivieren. Das heißt, es muss hier oben permanent an sein und dann müssen wir das Ganze deaktivieren. das heißt, hier der Block so muss andersrum... Andersrum... Drück mal drauf. Ich weiß nicht, wo mein Cursor ist. Da. Nochmal? Nochmal? Mach mal. Ähm, Moment ganz kurz. Ich muss mal unten in der Disco sehen. Okay, mach mal. Das ist zu lang. Moment. Hier, nehm mal den Hebel. Ja, das ist, weil das zu lange dauert, bis es angeht. Willst du mal gucken, wie unauffällig ich quasi, dass ich das gebaut habe? Aber guck mal die Rückseite an. Die Rückseite in der Disco? Ja, ja. Ja, sehr unauffällig. Ach komm, ich hab mir Mühe gegeben. Ist es okay so? Kann man das nicht noch irgendwie, dass man das halt wenn wirklich so richtig... Jetzt hast du es deaktiviert, Kalle. Oh, sorry. Jetzt ist es, glaub ich, wieder aktiviert, ne? Kann immer da, darf ich nicht hinbauen. Komm, findest du es echt so unauffälliger? Nicht unauffälliger, aber dann ist es halt, da kann man es so ein bisschen vielleicht verstecken, wenn man das hier nach außen so zumauert, weißt du? Ja, willst du es echt noch so breit machen? Guck mal, wie weit das noch nach außen aussteht. Finde ich, ist es unauffälliger, wenn es einfach so ist. Ja. Da ist ne Villager. Moment, wir haben hier gerade ein Problem. Was denn? Warum schweben denn jetzt die Blöcke in der Luft? Moment. Hä? Äh. Leg mal unten den Hebel bitte um. Jaaaa... Moment. Nochmal bitte. Jetzt funktioniert es. Nochmal. Nochmal. Zu. Und nochmal auf. Nochmal, ähm, wieder zu. Oder so lassen. Ja. Anscheinend muss da jemand in der Nähe sein, quasi. Ja, okay. Zwar hatten wir schon mal, dass wenn das irgendwie nicht aktiv ist, dass es dann irgendwie nicht vorhanden ist, quasi. Ja, es ist halt jetzt so die Technikanlage oben auf dem Dach da. Ähm... Was meinst du so, ist es das wert, den Gag, dass es so halt jetzt ein bisschen... Ist schon cool. Guck mal, von wann... Wann sieht man denn bitte Frau Pinta da hinten aus der Richtung? Stimmt schon. Und ich finde, wenn man es nicht gerade von oben sieht, dann fällt es auch gar nicht so auf. Guck mal, der Villager da unten danzt schon. Jetzt nicht mehr. Warte, warte, warte. Schau. Welcher denn? Tanze, Villager, tanze! Hä? Wo? Was tanzen, habe ich gesagt. Wo denn? Unter dir. Tanze! Unter mir, ich stehe auf dem Boden. Unter dir, unten am Wasser. Ach so, kannst... Ich war auch komplett auf der anderen Seite. Los, tanze schneller. Moment, wir können es aber auch noch anders machen. So, hier sieht es noch ein bisschen besser aus. Meine Nase kitzelt. Ah! Ähm, jetzt muss ich eh nochmal eine Reihe rüberragen. Ach so, ja. Es ist ein bisschen überbaut, ne? Hm. So. Das ist jetzt ein bisschen doof, jetzt muss ich hier gerade nochmal ein bisschen was ändern außen. ZEIN 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 Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, da muss ich mal gucken, dass ich gerade noch was ein bisschen ändere. Ja, weil man es ja durch die Mauer bauen muss, ist so ein bisschen schwierig. So, so kann man es machen dann. So geht es. Ja, so sieht man das Loch ja nur von außen und von innen minimal. Aber Gott, wenn man das nur von innen sieht, das ist jetzt auch nicht wirklich tragisch, weil man sieht ja hier sowieso das alles, was hier ausgebaut ist. Ja, ich werde hier oben das noch eh noch ein bisschen verdecken, dann noch mit der Rekonstruktion noch ein bisschen verdeckt werden. Ich muss noch diesen Aufgang hier oben noch machen. Was denn? Oben drauf ist ja noch mal ein Turm und ein Balkon. Ach ja. Und den Aufgang müssen wir jetzt ja auch noch mal irgendwie hinkriegen. Verdammt, das zieht mir gerade ein, dass das ja... Naja, das, was hier hochgeht, das führt dann in diesen Vorbau. Also wir haben da quasi hier dann... Es geht dann ungefähr hier so rauf, dass wir quasi dann weg und eine leichte Vorbaute. Man sagt, das geht dann... Das macht eine sehr krasse Biegung, also... Das ist quasi dann schon hier so und dann... Ungefähr so hier dann in der Art hochgeht, aber... Da brauche ich dann noch mal genauere Bilder davon. Hm, das ist ein bisschen tricky zu bauen, glaube ich. Aber ungefähr so in der Art dann halt. Aber wir müssen auch noch mal gucken, dass dann halt diese Säule, die hier hochgeht dann... Das müssen wir noch mal von vorne genauer sehen. Da müssen wir noch ein bisschen... Da müssen wir noch ein bisschen vorher einlesen. Aber im Endeffekt wird das dann quasi so. Und das hier auch noch mal weg. Für heute war es erstmal wichtig, dass wir die DJ-Anlage haben. Und du kannst die Light-Shot dann quasi unten bedienen, aber es... Funktioniert halt nicht so schnell. Deswegen, ich wollte es erst mit einem... Mit einem... Mit einem Schalter machen, damit es halt permanent geändert wird. Aber das dauert erst so lange, bis es aktiviert wird. Aber komm, geh mal ans Pult. Komm, ich geb dir hier auch ein paar Platten. Oh je, ich als DJ-An. Ja. Warte mal, ich muss erstmal mein Inventar freiräumen. So. Hier, come on. Do the Mucke. Do the Mucke. Und... Komm, mach dir die... Die Light-Shot dazu noch. Yay. Und dann immer wieder weg machen. Oh nein. Oh mein Gott. Stop the Beat. Du hast extra zwei Anlagen für... Moment, mir fällt gerade was auf. Das ist theoretisch. Theoretisch können wir das sogar noch eins breiter machen. So. Was für ein Remix. Ja, gut, ne? Du musst aber immer wieder mal die Lichter an- und ausmachen. Wir können das theoretisch müssen wir das noch eins näher ran holen an dich. Aber schrecklich ist die Musik hier. Mach die bloß aus jetzt. Oh. Oh. Oh, das ist der ruhige Song. Oh, das regnet jetzt auch noch. Das Wetter ist erzürnt, Cardi. Hat da keinen Geschmack. Na gut. Aber damit verabschieden wir uns auch für heute. Ähm. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann bauen wir den oberen Bereich dann noch. Der jetzt quasi ähm definitiv... Also da braucht ihr noch nichts zu sagen. Das werden wir auf jeden Fall jetzt dann hier noch ähm noch ändern. Und diese Anlage hier oben. Da machen wir vielleicht einfach so einen Klotz außen rum oder so. Mal gucken. Irgendwie machen wir das schon. Aber könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr das lieber wollt, dass wir diese Verkabelung lieber gar nicht haben. Und dafür... Mach die Musik aus. Ich hab Hintergrundmusik, verdammt. Jetzt hast du auch den Plattenspieler weggehauen. Ja. So. Dann sehen wir uns nicht beim nächsten Mal wieder. Und schafft am besten nochmal eure Kommentare rein, wie ihr das findet. Und... Hör auf mich mit Schallplatten zu bewerfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und das Bild hier muss noch eins weiter nach... Nach rechts. Verdammt. Ich sehe nämlich gerade, das passt so gar nicht. Wir könnten auch das eine Bild doppelt hin machen. Jetzt wird die Folge hat einen Ticken länger, aber das muss jetzt noch dahin kommen. Machen wir das einfach doppelt so und hier in der Mitte dann noch... Moment, gibt's ein Sechser-Bild oder ist das hier vorne ein Sechser oder ein Achter? Äh... Das ist ein Sechser. Ne, ist ein Achter. Tatsache. Dann heißt das, wir machen nur Einser-Bilder in die Mitte. Ja. Löffel und Teller. Ja, wenn wir schon die Turntables hier haben... Das ist der Fun-Wender, um die LPs zu wechseln. Ja. Und die Gabel dient dann als Nadel. Ne, kass auf, hier. Das sind einfach Schallplatten, schau. Die hier hinten sind. Die goldenen Schallplatten und so. Von Raptor? Ja. Von Raptor. Your Big City! Hey! Your Big City! Hey! Ah nein, verdammt, das war richtig. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Oh nein! Was ist das da? Aber da oben ist jetzt noch eine falsche. Es kommt immer die mit dem Rand. Nein! 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 Was? Ah, schön. So. Was meinst du so? Es ist doch gut. Was machst du jetzt mit mir, wenn ich eigentlich davon weghaue? Hau ich dich weg? Nein! Okay, ich riskiere es nicht. Oh, hier steht ein Bonsai. Wie gemein. Hallo. Das ist kein Bonsai, das ist eine Palme. In Arbeit. Na gut. Da verabschieden wir uns aber für dieses Mal dann. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao , ciao ! giggles Musik Musik Bis zum nächsten Mal.